Liebe dritte Klasse, heute sprechen wir über Lektion der Spielwarenladen. Unter der haben wir der Ball, der Drachen, der Teddybär. Der Teddybär, das Auto, das Fahrrad, die Puppe, die Flüte, die Flüte, die Pluralautos. Die Pluralautos, der Ball, der Drachen, der Teddybär. Das Auto, das Fahrrad, die Puppe, die Flüte, die Pluralautos. Ein oder Eine oder Nichts, Nothing. Ein und Eine bedeuten A oder An. Aber Eine für die Wörter, deren Artikel der und das sind. Zum Beispiel, das ist ein Ball. Das ist ein Drachen. Das ist ein Teddybär. Das ist ein Auto. Das ist ein Fahrrad. Aber Eine für die Wörter, deren Artikel die ist. Zum Beispiel, das ist eine Puppe. Das ist eine Puppe. Das ist eine Flüte. Und Nichts. Nichts für die Pluralform. Zum Beispiel, das sind Autos. Wir sagen, Autos. Das sind Autos. Ohne Ein oder Eine. Without Ein oder Eine. Das sind Autos. Verb haben. Haben means to have. Verb to have. Haben mit ich wird habe. Ich habe means I have. Zum Beispiel, ich habe ein Auto. I have a car. Haben mit du wird hast. Du hast. You have. Zum Beispiel, du hast ein Auto. You have a car. Er, es, sie hat. Er, es, sie hat. Zum Beispiel, er hat ein Auto. Oder, sie hat ein Auto. Oder, Lukas hat ein Auto. Oder, Laura hat ein Auto. Ihr, ihr habt, ihr habt, ihr habt, ihr habt ein Auto. Ihr habt ein Auto. Wir und sie haben. Wir haben. Und, sie haben. Wir haben ein Auto. We have a car. Wir haben ein Auto. Oder, sie haben. They have. Sie haben ein Auto. Wer oder was. Wer für Personen. Und, was für Sachen. I mean, we use wer to ask about persons. Zum Beispiel, wer ist das? Who is this? Wer ist das? And, you answer, das ist meine Mutter. This is my mom. Wer ist das? Das ist mein Vater. Wer ist das? Das ist mein Bruder. Wer ist das? Das ist meine Schwester. Das sind Personen. So, we use wer to ask about persons. But, we use was to ask about things. Was ist das? What is this? Was ist das? Das ist ein Drachen. This is a guide. Was ist das? Das ist ein Buch. This is a book. Was ist das? Das ist ein Ball. This is a ball. Was ist das? Das ist ein Teddybär. Was ist das? Das ist eine Puppe. So, we use was to ask about things.